Wohlstand für alle. Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über einen sehr großen Roman, ein grüner Junge von Dostoevsky. Und nicht in irgendeiner Übersetzung lesen wir ihn. Wir lesen ihn in der Übersetzung von Svetlana Geyer. Von daher wäre es vielleicht heutzutage, heute ausnahmsweise aber gar nicht so schlecht, wenn wir nicht nur über den Autor ein bisschen sprechen, Wolfgang. Normalerweise erzählen wir was zum Autoren, sondern wenn du zusätzlich dazu auch noch etwas berichtest über Svetlana Geyer. Denn bei den Dostoevsky-Übersetzern ist Svetlana Geyer ja wirklich legendär. Sie ist sicherlich eine der berühmtesten Übersetzerinnen, denn es ist ja so, dass Übersetzer doch häufig ein Schattendasein führen. Aber Svetlana Geyer hat eine gewisse Popularität erlangt, auch vor allem durch einen großartigen Dokumentarfilm, Die Frau mit den fünf Elefanten, den ich sehr empfehle, weil man dort einen Einblick in ihre Arbeit, aber auch einen Einblick in die Arbeit des Übersetzens grundsätzlich erhält. Sie hat tatsächlich sehr spät erst angefangen, Dostoevsky zu übersetzen, ist dann aber auch sehr alt geworden und hat es tatsächlich geschafft, die Elefanten von Dostoevsky zu übersetzen. Damit sind die großen Romane von Dostoevsky gemeint und das hat sie auf ganz besondere Weise getan. So müssen wir den Kritikern glauben, da wir beide nicht russisch können und das nicht in dem Sinne nachvollziehen können. Aber wir merken, wenn wir das lesen, dass es schon ziemlich gut sein muss, was sie da macht. Und das Besondere bei Svetlana Geyer ist, dass sie es verstanden hat, die einzelnen Stimmen, die zu sprechen anfangen in Dostoevskys Romanen, denen eine eigene Stimme zu verleihen wirklich. Also dass wir es literarisch am Stil merken, dass wir tatsächlich merken, hier spricht gerade ein anderer. Nicht nur, weil uns das gesagt wird, sagte der oder die, sondern weil wirklich die Sprache eine andere ist. Und diese Vielstimmigkeit, die sie da hergestellt hat in der Übersetzung, ist wohl einmalig. Und es ist auch toll, sie in Interviews reden zu hören, wie akribisch sie vorgeht, welche Gedanken sie sich eigentlich macht, wie lange sie sich damit trägt, irgendwelche Übersetzungen anzufertigen, beziehungsweise auch, wie sie mit Titeln umgeht. Also dieser Roman ist eigentlich auch bekannt unter dem Titel Ein Jüngling, aber der heißt hier Ein grüner Junge. Und so heißt auch Dostoevskys berühmter Roman Schuld und Sühne bei ihr Verbrechen und Strafen, weil das auch die bessere oder die exaktere Übersetzung ist. Und noch ein Wort jetzt zu Dostoevsky natürlich. Er wurde 1821 geboren. 1881 ist er gestorben in St. Petersburg. Er ist sicherlich einer der größten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts überhaupt. Seine Hauptwerke sind neben Ein grüner Junge Schuld und Sühne, der Idiot, die Dämonen, die Brüder Karamasoff. Vieles ist ja auch verfilmt worden, selten gut. Aufzeichnungen aus einem Kellerloch, diese wären noch zu nennen unbedingt. Der Spieler. Der Spieler. Er ist ein Autor, der es im 20. Jahrhundert in seiner Heimat nicht besonders leicht hatte. Wir werden da wahrscheinlich auch drauf zu sprechen kommen. Man kann zunächst mal festhalten, ein Sozialist war dieser Dostoevsky nicht, aber er war ein Meister des psychologischen Romans. Er ist überhaupt der, der den psychologischen Roman auf eine bis dahin nicht erreichte Höhe gebracht hat. Vielleicht wurde diese Höhe auch nie mehr erreicht. Und das schafft er dadurch, dass dort viele Figuren auftauchen und sich in langen Monologen, aber vor allem in Dialogen erklären und ihre Psychologie, ihre Motivationen, ihre Sehnsüchte, ihr Begehren verhandeln. Das mag mitunter mühsam sein, aber es ist am Ende doch immer lohnend. Und er ist ein Autor, für den die Freiheit ganz stark im Mittelpunkt stand. Auch davon, wenn man also den Dostoevsky mal komprimiert haben will, handeln die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, dass in einer Welt, die sehr rational ist, die total aufgeklärt ist, die eigentlich berechenbar geworden ist, der Mensch doch vielleicht sich dadurch auszeichnet, dass er sich dem vielleicht auch mit Gewalt oder durch ein Verbrechen widersetzt, nur um durch die menschliche Irrationalität das Menschsein unter Beweis zu stellen. Ja, du hast jetzt schon die Freiheit angesprochen. Auch die ist sicherlich oder dieser Drang nach Freiheit ist sicherlich nochmal biografisch begründet. Er hatte in den 1840er Jahren seine literarische Karriere eigentlich schon begonnen und dann kam es aber dazu, dass er eben erst einmal tatsächlich ins Gefängnis musste. Dann musste er noch tatsächlich zur Armee. Das heißt, er war dann eigentlich zehn, elf Jahre wieder draußen, hat also einen großen Leidensweg gehabt, war früher auch selbst von sozialistischen Idealen überzeugt, ging dann aus diesem Leidensweg heraus als eigentlich, ja, politisch Rechter kann man, glaube ich, sagen. Und das werden wir sicherlich diesem Roman auch an der einen oder anderen Stelle anmerken. Denn auch wenn dort Sozialisten zu Wort kommen, auch wenn dort sozialistische Ideale vorgetragen werden, ob die allzu gut wegkommen, naja, da können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen. Vielleicht erst mal zu dem, worum es in diesem Roman eigentlich geht. Der Protagonist Akadi, oder mit ganzem Namen Akadi Makarovic-Dolgoruki, der stellt sich uns gleich zu Beginn des Romans vor. Er ist 19 Jahre alt und er berichtet auf diesen immerhin 800 Seiten von den ersten Schritten auf dem Schauplatz des Lebens. Ja, und was diesem Jüngling fehlt, das ist vor allem eine Vaterfigur, denn Akadi ist offiziell der Sohn des ehemaligen leibeigenen Makar Dolgoruki und von dessen Ehefrau Sophia, oder Sophia, in Wahrheit ist er jedoch Sohn des adeligen Versilov, der mittlerweile verarmt ist und sich eigentlich, könnte man sagen, so von Erbschaft zu Erbschaft hangelt, um sein doch recht stattlichen Lebensstil irgendwie noch sich leisten zu können. Wir haben ja also jemanden, der einen offiziellen Vater hat. Noch dazu hat er von ihm einen adeligen Nachnamen mitbekommen. Viele glauben, er sei ein Fürst Dolgoruki und das ist für ihn ein großes Ärgernis, immer sagen zu müssen, nee, ich bin nur einfach Dolgoruki. Auf der anderen Seite hat er einen tatsächlich adeligen Vater, der auch mit seiner Mutter zusammenlebt, der jedoch zwischenzeitlich verarmt ist. So, und zu Beginn dieses Romans, da siedelt Akadi von Moskau nach Petersburg über. Das genaue Jahr erfahren wir nicht, aber wahrscheinlich soll das so in den 1870er Jahren spielen, wo der Roman auch erschienen ist. Und Akadi geht nach Petersburg, wo sein leiblicher Vater und seine Mutter weilen und er hat einen Plan, er will reich werden und zwar nicht nur ein bisschen, sondern reich wie Rothschild. Ja, sagt er immer, reich wie Rothschild will ich werden. Das ist seine Idee und im Laufe des Romans, glaube ich, kann man jetzt schon mal sagen, rückt diese Idee ein bisschen in den Hintergrund, denn diese, ja, relativ weitverzweigten familiären und freundschaftlichen Beziehungen, die Akadi pflegt, die fordern ihn eigentlich permanent. Es ist so, dass es eine Unzahl von Familien gibt, die irgendwie alle miteinander in Beziehung stehen, wo der eine den anderen heiraten will, der eine den anderen begehrt, der eine mit dem anderen befreundet ist. Und Akadi findet sich in diesem Netz wieder. Alle kommen mit völlig verschiedenen Erwartungen an ihn heran und wollen sich vor allem gegenseitig ums Geld bringen. Also wir sehen hier einen Adel, der, glaube ich, kann man sagen, kurz vor dem endgültigen Zerfall zu stehen scheint, der sich immer gegenseitig ums Erbe bringen will, und zwar mit allerlei Intrigen. Und man könnte sagen, das Thema des Romans ist ein doppeltes. Erstens der Versuch eines Jungen, zu seinem Vater und zum großen Geld zu finden und eben zweitens der Zerfall der Altenordnung und der Familie. Jetzt hast du schon diese Handlung skizziert uns und ich will gleich einsteigen mit dem, was uns ja hier besonders interessiert, mit dem Ökonomischen. Da will ein junger Mann, ein Jüngling reich werden, so reich wie Rothschild. Und zunächst einmal könnte man fragen, was wird also hier literarisch angelegt. Also wir haben es hier auch mit einem Entwicklungsroman zu tun. Wir haben es aber auch vielleicht mit einem Schelmenroman zu tun in Ansätzen, weil das doch auch ein schelmisches Vorhaben zu sein scheint, wenn man aus einfachen Verhältnissen stammt, zu dem die Vaterschaft so prekär ist. Also man ist da doch weit davon entfernt, ein Rothschild zu werden. Und dann gibt es vielleicht noch etwas, was eine Rolle spielt, wenn wir uns auf das Genre konzentrieren. Das ist der Kriminalroman. Auch ein Krimi wird da ja, wie häufiger bei Dostoevsky, auch noch mit erzählt, wenn auch nicht so stringent und klar wie in Schuld und Sühne. Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, also Entwicklungsroman, Schelmenroman, Kriminalroman, dann haben wir es also mit einem Genre-Hybrid zu tun. Und das gibt auch gleich die Form wieder dieses Romans. Denn dieser Roman erzählt zwar von wenigen Tagen eigentlich, springt aber in den Zeiten doch hin und her, um uns Lesern etwas zu vermitteln. Wir haben einen Ich-Erzähler, der uns durch diese Geschichte führt, nämlich Akadi selbst, der sich fortwährend bei uns entschuldigt, dass er wieder zu ausführlich ist, dass er sich jetzt aber zusammenreißen will, sich kurzfassen wird, dass es ihm mitunter aber ein Eloquenz wird. Das heißt, es wabert sehr dort. Es bleibt sehr offen. Es hat zum Teil etwas Skizziertes hingeworfenes. Und genauso tollkühn, wie eigentlich der Plan ist, reich wie Rothschild zu werden, ist auch tollkühn, sich hinzusetzen und sagen, ich schreibe jetzt einfach mal alles auf. Und diese Idee, reich zu werden, wir müssen das, glaube ich, ein bisschen erklären. Wir haben es da mit jemandem zu tun, der nicht sagt, ich würde gerne reich werden und dann sagt, ich muss dazu eine tolle Ausbildung machen und muss sehen, dass ich vielleicht im Staatsapparat nach oben steige oder dass ich ein Unternehmen gründe, sondern der hat ja eine ganz andere Absicht, die in gewisser Weise den Neoklassikern gefallen könnte. Denn er will ja zunächst einmal dadurch primär reich werden, dass er auf Konsum verzichtet, dass er sparsam ist. Richtig. Er will verzichten auf Konsum und er will sparsam sein. Aber es gibt da noch einen zweiten Schritt. Und zwar der zweite Schritt, der lautet dann, dass er natürlich schon sich etwas unternehmerisch betätigen will, aber das möglichst risikofrei. Ich würde aber sagen, vielleicht müssen wir noch früher anfangen, bevor wir jetzt so ganz genau auf diese ökonomische Idee von ihm eingehen, würde ich vielleicht mal sagen, also bevor wir jetzt auf diese Idee reich wie Rothschild werden und wie schaffe ich das? Bevor wir darauf eingehen, muss man erstmal gucken, was hat er eigentlich für ein Menschenbild? Das ist eigentlich schon mal sehr interessant, denn wir haben jetzt das schon gesagt, der Protagonist dieses Romans ist ja einer, der eigentlich alleingelassen worden ist. Er weiß, er hat hier irgendwie zwei Vätern, von denen keiner so richtig sein Vater ist. Der eine ist der Leibliche, der andere der offizielle Vater. Und das heißt, wir haben hier jemanden, der in seiner Kindheit eigentlich fernab der offiziellen und tatsächlichen Eltern groß geworden ist, der in ein Internat kam, der dort immer wieder, ja, man kann es glaube ich so plump sagen, vermöbelt worden ist, der wegen seiner zweifelhaften Herkunft auch immer belächelt wurde, immer ein Außenseiter war. Das heißt, es hat schon erstmal, es ergibt schon erstmal Sinn, dass so jemand sagt, ich möchte jetzt reich werden, denn er möchte nicht einfach so reich werden. Er will frei sein, er will wirklich frei von allen gesellschaftlichen Banden existieren können. Es gibt eine Stelle, da heißt es, meine Idee ist der Winkel. Also Arkadi will fernab seiner Mitmenschen sein. Und dann gibt es eine Szene, die besonders eindrücklich ist, da befindet er sich nämlich in der Gesellschaft einiger junger Sozialisten. Und da heißt es dann, ich bin keinem gegenüber verpflichtet. Ich entrichte der Gesellschaft meinen Obolus in Form von Steuern, dafür, dass man bei mir nicht einbricht, mich nicht überfällt und mich nicht umbringt. Und darüber hinaus darf niemand etwas von mir verlangen. Vielleicht habe ich persönlich auch noch andere Ideen und werde einmal den Wunsch haben, der Menschheit zu dienen. Und werde es vielleicht auch tun. Und werde es vielleicht zehnmal mehr tun als alle Prediger. Ich bin nur dagegen, dass jemand sich das Recht herausnimmt, es von mir zu verlangen und mich wie Herrn Kraft dazu zwingt. Es steht in meinem freien Ermessen, ob ich etwas tun will oder nicht. Aber herumlaufen und sich jedem an den Hals werfen, vor lauter Liebe zur Menschheit, vor Rührseligkeit glühen und Tränen vergießen, das ist nur eine Mode. Wozu eigentlich soll ich unbedingt meinen Nächsten oder ihre künftige Menschheit lieben, die ich niemals zu Gesicht bekommen werde, die von mir nichts wissen und die ihrerseits spurlos verschwinden wird, ohne ein Zeichen zu hinterlassen. Das ist also eine, man könnte sagen, etwas asoziale Haltung, etwas, in mancherlei Hinsicht vielleicht auch nihilistische Haltung, eine Haltung des Nach-mir-die-Sinn-Flut und auch eine Haltung, die man bei Libertären natürlich antrifft. Ja, er schlagt ja sogar vorher, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Das ist ja in dem Abschnitt davor noch. Die persönliche Freiheit, das heißt meine Ureigenste, sie steht für mich an erster Stelle und alles Weitere geht mich nichts an. Also das ist tatsächlich eine libertäre Vision, dass man eigentlich nicht in einer Gesellschaft leben will, psychologisch motiviert dadurch, dass man von dieser Gesellschaft auch bislang eher ausgestoßen und gefoppt wurde. Richtig und mich hat das so ein bisschen erinnert, das ist jetzt ein bisschen ein gemeiner Vergleich, weil Roland Bader ja eigentlich so hochgradig irrelevant ist, aber es gab ja vor vielen Jahren diesen Libertären in Deutschland Roland Bader und der sagte mal, das einzige Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Und das ist erstmal auch das einzige Menschenrecht, glaube ich, kann man sagen, für das Arkady Makarovic hier steht. Also das ist das Recht, das er für sich beansprucht, dass doch die Leute ihn bitte in Ruhe lassen sollen. Er zahlt dann auch gerne ein paar Steuern, aber ansonsten soll man ihm mit allen Sentimentalitäten, mit allen sozialistischen Idealen vom Leib bleiben. Also es ist eigentlich schon ein richtig gehender Antikommunismus, das spürbar. Nur würde ich jetzt sofort einhaken, dass hier das, was da artikuliert wird, zunächst mal auch ein menschliches Bedürfnis ist. Also wir haben es ja hier mit einem psychologischen Roman zu tun und diese Rückzugsfantasie, einen Winkel zu haben und der muss gar nicht der Winkel eines reichen Mannes sein. Also er sagt ja auch, ich kann Rothschild werden, will Rothschild werden, aber fände es dann auch interessant, wenn ich einfach ungesehen durch die Welt gehen können, nur mit dem Wissen die Macht zu haben, ohne sie auszunutzen, ohne in irgendeiner Weise zu prahlen. Dass aber diese Idee der Absolutheit des Selbst so von ihm verfochten wird, ist ja auch etwas sehr Menschliches. Also ich würde ihn nicht gleich als einen Ideologen in dem Sinne darstellen, dass er, oder gar nicht darstellen, dass er, er treibt kein falsches Spiel, sondern es ist etwas, was tief aus seinem Innersten kommt und was Arkady zufolge auch seine Berechtigung hat, da er sagt dann, jeder Mensch hat seine Idee und diese Idee, die steht für sich einfach da und die ist auch gar nicht wegzureden, dem anderen wegzunehmen, zu kritisieren, dagegen zu argumentieren. Und diese Absolutheit ist natürlich erst mal die Voraussetzung für das, was dann in Gang kommt. Und Arkady äußert sich ja dann wenige Seiten später auch zum Sozialismus und sagt dann, ich habe mir schon lange gewünscht, Ihnen zu begegnen, meine Herrschaften. Also er ist in diesen Kreisen dort. Bei Ihnen wird es Kasernen geben, Gemeinschaftswohnungen, Atheismus und gemeinsame Frauen ohne Kinder. Das ist ihr Finale. Ich weiß es doch. Und für den kleinsten Teil eines durchschnittlichen Vorteils, den mir Ihre Vernünftigkeit garantiert, für einen Bissen und etwas Wärme fordern Sie meine gesamte Persönlichkeit ein. Also die Sache ist hier, dass er sagt, ja das mag ja sein, dass das alles so ein bisschen besser würde im Sozialismus und dann hat man ein bisschen mehr zu essen. Aber wenn Sie dafür meine individuelle Freiheit haben wollen, dann ist das ein zu hoher Preis. Und das ist ja eine sehr interessante Frage. Also man muss die ja nicht gleich jetzt aufs 20. Jahrhundert projizieren. Deshalb war natürlich Dostoevsky in der Sowjetunion gerade in den 20er, 30er Jahren nicht beliebt oder teils auch zensiert oder wurde nicht gedruckt. Aber wenn wir mal einfach grundsätzlich bleiben, zeitlos bleiben, dann ist ja dies doch ein verführerischer Gedanke, zu sagen, ja diese individuelle Freiheit, die da das Geld verspricht, der einmal nachzugehen und das auch zu exemplifizieren anhand von Figuren, das finde ich ist auch die große Stärke von Literatur. Ja und ich meine, wenn ich jetzt sage, dass das in irgendeiner Form was Asoziales oder Antisoziales hat, dann ist es ja nicht als Kritik am Roman gemeint, sondern dieser Roman ist ja ohnehin so aufgebaut, dass er diesen Jungen, diesen Jüngling auf eine etwas spöttische Weise behandelt. Er beginnt ja diese Erzählung und sagt, hier ich schreibe jetzt meine ersten Schritte nieder, die ich im Leben getan habe und er entschuldigt sich permanent für seine Ausschweifung und er ist auch ein relativ unzuverlässiger Erzähler. Also es ist etwas komisch, wie das hier erzählt wird, das erinnert oder beziehungsweise ich glaube, es gibt einige Romane, die später auch von diesem Erzählstil sehr geschöpft haben. Also ich musste zum Beispiel denken an Kazuo Ishiguro, was zum Tage übrig blieb. Da haben wir auch so einen Ich-Erzähler, der unglaublich unzuverlässig ist und der eigentlich im Nachhinein noch versucht, sich so ein bisschen gut zu stellen, richtig zu stellen, was er da früher gemacht hat. So ist es hier mit Arkady eigentlich auch, dass er permanent dann beschreibt, was er früher gemacht hat und sich dann eigentlich noch entschuldigt und dann immer noch seine Tugendhaftigkeit dadurch unter Beweis stellt, dass er sagt, und jetzt berichte ich euch, wie schlimm ich mich verhalten habe, aber heutzutage jetzt, da ich unglaublich viel älter und weiser bin, also ein Jahr später, kann ich das alles ganz stark kritisieren. Also es hat eine etwas absurde Komponente, würde ich sagen. Und also das heißt, das ist jetzt gar nicht als Kritik am Roman von mir aus gemeint, sondern erst mal nur so, um zu sagen, okay, das ist die Anfangsidee des Erzählers, die dann ja auch im Laufe des Romans, da werden wir sicherlich später noch zu kommen, modifiziert wird, beziehungsweise man kann eigentlich sagen, diese Idee wird fallen gelassen. Nur was er anfangs ja will, ist Reichtum, und zwar Reichtum um seiner selbst will, nicht um den zu verprassen, nicht um ein schönes Leben zu führen, sondern er will Macht. Das sagt er ganz, ganz klar. Und mich hat das erinnert an einen Charakter, den wir bei Catherine Gore getroffen haben. Wir haben ja den Geldverleiher vor einigen Monaten gelesen von Catherine Gore, auch ähnliche Epoche tatsächlich. Und da gibt es ja diesen Geldverleiher Abednego Osalis, den jüdischen Geldverleiher, der unglaublich reich ist, der aber die Hälfte seiner Zeit damit verbringt, genauso rumzulaufen, wie Arkady es hier beschreibt. Also Arkady sagt ja, es würde ihm gar nichts ausmachen, in Lumpen herumzulaufen, wenn er wüsste, dass er der reichste Mann der Welt ist. Also er würde dann nicht teuer speisen, ihm würde die Gewissheit darüber reichen, dass er es kann. Und das ist ja eigentlich genau das, was A.O. Abednego Osalis im Geldverleiher macht, dass er unglaublich reich ist und sich seiner Mitwelt aber immer wieder als Bettler präsentiert. Gestatte mir eine Bemerkung noch zur Narratologie. Es ist so, dass wir hier quasi zwei Illusionsebenen haben. Wir haben ja auch eine Erzählillusion, die geschaffen wird dadurch, dass nicht einfach ein auktorialer Erzähler anfängt zu berichten und dann endet irgendwann der Roman, sondern das ist tagebuchartig, dass sich der Erzähler direkt an uns Leser wendet, uns aber sagt, dass er gar nicht so viel Wert darauf legt, wer das liest und ob man es lesen will. Das sei jedem selbst überlassen. Und was dadurch entsteht, ist so etwas wie eine Erzählillusion oder so eine Primärillusion. Also wir müssen jetzt erstmal den Erzähler imaginieren und dann kommen wir auf die andere Sekundärillusionsebene, dass dann die Geschichte, die der Erzähler, der auch ein Imaginierter ist, uns erzählt. Was aber natürlich bedeutet, dass nicht Dostoevsky zu uns spricht, sondern ein Erzähler. Und um das noch weiterzuführen, weil ich das schon mit den Stimmen gesagt habe, die so schön zu Gehör kommen bei Svetlana Geyers Übersetzung, noch ein Verweis auf Michael Bakhtin und sein sehr, sehr wichtiges Dostoevsky-Buch Probleme der Poetik Dostoevskys. Da charakterisiert er, was eigentlich den Dostoevsky ausmacht und er sagt, die Vielfalt selbstständiger und unvermischter Stimmen und Bewusstseine. Die echte Polyphonie vollwertiger Stimmen ist tatsächlich die Haupteigenart der Romane Dostoevskys. In seinen Werken wird nicht eine Vielzahl von Charakteren und Schicksalen in einer einheitlichen, objektiven Welt im Lichte eines einheitlichen Autorenbewusstseins entfaltet, sondern eine Vielfalt gleichberechtigter Bewusstseine mit ihren Welten wird in der Einheit eines Ereignisses miteinander verbunden, ohne dass sie ineinander aufgehen. Die Haupthelden Dostoevskys sind der schöpferischen Absicht des Künstlers nach nicht nur Objekte des Autorenwortes, sondern auch Subjekte des eigenen unmittelbar bedeutungsvollen Wortes. Also der fundamentale Unterschied ist, im Roman vor Dostoevsky wird eigentlich so eine Idee durchgespielt. Also nehmen wir mal an, die, die wir jetzt gerade da vorgetragen haben, reich werden, unabhängig werden. Und dann wird das quasi in so einen symphonischen, harmonischen Klang gebracht, dadurch, dass es zwar Kontrapunkte dazu gibt, Widersprüche, aber am Ende läuft das alles darauf hinaus, dass so eine Idee am Beispiel dann durchexerziert wird. Und hier haben wir eine Vielstimmigkeit, dass also wir uns die ganze Zeit auch als Heser entscheiden müssen, wem stimmen wir jetzt gerade zu? Ist das entweder Akkadi oder sind das die Sozialisten oder ist das sein leiblicher Vater Versilov, der aber auch mindestens zwei Seelenach in seiner Brust hat und dann noch Makar, der durch die Welt zieht, der Pilger ist und dann zurückkehrt. Also wir haben ein vielstimmiges Angebot, auf das wir zugreifen können. Und diese Polyphonie ist tatsächlich etwas sehr Neues, was Dostoevsky hineinbringt. Und deswegen sind die Dialoge auch das Wichtigste. Also der Roman besteht zum großen Teil aus Dialogen. Ja, und es ist natürlich nicht nur so, dass wir eine Vielzahl von Stimmen haben, sondern dass wir eine Vielzahl von Stimmen haben, die durch eine Stimme vertreten werden. Also wir haben mit Akkadi einen Ich-Erzähler, der also seine ganz eigene und sicherlich auch in einiger Hinsicht verfälschte Perspektive auf das, was sich da alles an Geschehnissen bildet, uns präsentiert. Aber nicht bei denen, die sprechen. Also wir müssen, glaube ich, schon Akkadi glauben, dass die wörtlichen Wiedergaben wörtliche Wiedergaben sind. Weil sonst sind wir in der Postmoderne angekommen, da würden wir sagen, gut, dann ist alles Fiktion. Also die Beschreibungen der Figuren, die Akkadi leistet, sind natürlich sein Blick auf die Welt. Wenngleich der hoch selbstreflexiv ist. Aber die Figuren, die wiedergegeben werden in der wörtlichen Rede, sind die Figuren. Das ist tatsächlich für mich schwierig, so direkt zu sagen, weil es ja nun mal jemand ist, der aus seiner Erinnerung eigentlich diese Dialoge wiedergibt. Und auch da ist es natürlich immer noch möglich, dass da noch was verfehlt wird. Nein, aber das finde ich jetzt also wirklich ein bisschen zu haarspalterisch. Wenn man das macht, dann kann man im Prinzip bei solchen Romanen immer alles als unzuverlässig ansehen. Dann weiß man doch gar nicht, ob es am Ende in Moskau gespielt hat oder ob wir doch in Paris sind. Also das, glaube ich, führt zu weit. Das ist vielleicht auch gar nicht das Wichtigste, sondern man muss einfach erst mal wissen, man hat da diesen Erzähler, der vor allem darum bemüht ist, angeblich alles möglichst objektiv wiederzugeben, wenngleich man irgendwie daran merkt, wie er permanent versucht, sich zu entschuldigen, dass da irgendwas vielleicht auch doch nicht so ganz koscher ist, würde ich sagen. Also das ist eine etwas eigenartige Erzählperspektive, die permanent auf sich selbst referiert. Also die permanent sagt, ich bin hier der Erzähler und ich versuche jetzt alles neutral darzustellen. Aber gut. Aber das ist nicht ganz neu natürlich. Also das ist nicht eine Dostoyevsky-Erfindung, sondern das gibt es in der Romantik natürlich sehr stark, dass man auch die Erzählerinstanz vorfindet, sie spricht und sich selbst ironisiert. Oder auch bei Cervantes gibt es das schon, dass der Ich-Erzähler eingestehen muss, dass er sich nicht mehr an alles erinnern kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese ganzen Themen eigentlich schon mal skizziert. Wir haben, würde ich sagen, eine Menge Weltanschauungen, die da aufeinanderprallen. Es ist ohnehin etwas, was mich doch irritiert hat. Also wir haben diese ganzen Sozialisten, wir haben dann aber auch so einen Charakter wie Versilow, von dem wir am Ende des Romans sogar erfahren, dass er Pariser Kommunade war. Er hat Theorien über eine Herrschaft der Juden, er hat große humanistische Fantasien, dann behauptet er, radikal pro-westlich zu sein und andererseits sieht er dann in der russischen Kultur das Verbindende und daher die Zukunft. Also es ist eigentlich so ein großes Potpourri aus Theorien, aus zeitgenössischen Theorien und Blickweisen auf die Welt, die man da findet. Und ich frage mal dich, Wolfgang, woran hat dich das erinnert? Soll mich das an eine besondere Person erinnern oder wie? Jetzt an einen späteren Autor noch. Also ich musste tatsächlich sehr stark dann nochmal an Thomas Mann denken. Ich würde sagen, also da habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, zum Beispiel so einen Thomas Mann wie im Zauberberg vorzufinden. Im Zauberberg ist es ja so, dass wir auch zwei Charaktere haben. Wir haben Nafta und Settembrini, die permanent gegeneinander ansprechen, die sich permanent widersprechen und die sich nicht nur gegenseitig widersprechen, sondern die sich selbst auch eigentlich permanent widersprechen und die die unterschiedlichsten philosophischen oder politischen Prinzipien da repräsentieren. Und ich glaube, so einen haben wir dann auch im Versiloff beziehungsweise in dieser gesamten Romanhandlung. Also wir haben hier eine Vielstimmigkeit nicht nur an persönlichen Schicksalen, sondern auch eine Vielstimmigkeit an politischen Perspektiven auf die Welt, die nebeneinander stehen und die eigentlich permanent durcheinander geraten auf eine mitunter auch verwirrende Weise, würde ich sagen. Also gerade jetzt in diesen großen Dialogen, die da geschildert werden, das hat mich sehr an Thomas Mann erinnert, das findet man zum Beispiel auch beim Dr. Faustus, da gibt es so Ausflüge der, ich sage mal, nationalistischen Jugend, die permanent darüber sich unterhält, was denn eigentlich das Wahrhaft-Deutsch-Kümlerische etc. sei. Und so ein bisschen, fand ich, waren dann auch diese ganzen Exkurse, die da in den Dialogen geführt werden zwischen den Sozialisten beispielsweise und Arkady. Also die Sozialisten haben da nochmal ihre eigene Idee beispielsweise davon, dass Russen eigentlich ein unterlegenes Volk seien, deren einziger Zweck daran bestehe, höheren Völkern zu dienen. Auch eine Theorie, die später in der Geschichte recht unrühmlich nochmal aufgenommen worden ist. Also da finden wir eine Menge, was, würde ich sagen, durcheinander geht intellektuell. Ja, jetzt aber zur Herrschaft des Geldes, um die es ja in diesem Roman ganz primär geht. Und Arkady möchte reich werden. Warum? Er stellt sich vor, wie er durch die Gegend spaziert und doch eigentlich keine Anerkennung bekommen würde. Indessen, sagt er, wäre ich ein Rotschild, würde dieser neunmal Kluge mit der acht Spannenstirn seine Bedeutung in meiner Gegenwart nicht verlieren? Man würde ihn nicht einmal zu Worte kommen lassen. Ich bin vielleicht scharfsinnig, jedoch an der Seite eines Tailleron, eines Piron, stehe ich im Schatten. Aber als ein Rotschild, wo bleibt Piron? Ja, vielleicht sogar Tailleron. Das Geld ist freilich eine despotische Macht, aber ebenso die allerhöchste Gleichheit. Darin liegt seine größte Stärke. Das Geld gleicht alles Ungleiche aus. Das ist ja erstmal eine Beschreibung, der wir zustimmen würden, wenn wir auf die kapitalistischen Verhältnisse blicken. Was hier geschildert wird, ist tatsächlich, dass das Geld als großer Gleichmacher auftritt, was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, wer keines hat, ist dazu verdammt, eben diese Macht nicht genießen zu können, sondern wird von jenen beherrscht, die das Geld haben. Und diese Fantasie, so reich zu werden, liegt also darin begründet, eine Macht zu haben, die dann gar nicht groß ausgeübt werden muss, aber das Wissen um die Macht, dass man die haben kann, das ist ja für ihn das Entscheidende. Und das wird ja auch dieses Wissen, dass man die Macht ausüben kann, nochmal mit dieser intimen Ebene verquickt. Denn er kommt ja an einen Brief, an einen sehr kompromittierenden Brief. Und er hat mit diesem Brief die Macht über eine Frau, die er auch zugleich begehrt. Wir müssen, glaube ich, jetzt nicht all diese Handlungsstränge nachvollziehen. Das wird zu kompliziert, zumal die Namen schon so schwierig alle sind. Aber auch diese Intrige zieht sich ja durch den gesamten Roman. Dann gibt es noch ein Dokument. Auch da ist wieder jemand, der einen Machtvorsprung hat durch Wissen. Und diese Macht, die man einsetzen kann, nur die Möglichkeit besitzt, diese Macht zu haben, ist schon das, was ihn und auch viele andere Figuren, die im Roman auftauchen, unglaublich entflammt. Und das finde ich sehr, sehr gut von Dostoevsky herausgearbeitet. Ja, aber er hat interessanterweise, obwohl er ja eigentlich Kapital anhäufen will, da würde man ja denken, gut, er hat jetzt einen kompromittierenden Brief, mit dem er wirkliche Macht über eine Person gewinnen könnte, der es noch dazu auch wirklich möglich ist, etwas Geld mehr zu beschaffen. Das heißt, da wäre eigentlich, könnte man denken, der perfekte Ausgangspunkt, damit er dort sein Startkapital quasi bekommt, indem er sagt, hier entweder, also in erpresserischer Manier, entweder du kaufst mir jetzt diesen Brief ab, der dich in Teufels Küche bringen könnte und dafür kriege ich Geld oder ich gebe es deinem Vater und dann hast du ein Riesenproblem. Das könnte er machen, macht er aber nicht, weil er dafür doch zu sehr moralistisch ist, interessanterweise. Er bringt diesen Brief eigentlich mit in der frohen Zuversicht, dass er diesen Brief eines Tages entweder verbrennen oder der betreffenden Person selbst persönlich überreichen wird. Und er mag natürlich diese Macht, die er in dieser Zeit hat, aber er will diese Macht trotzdem in diesem Fall zumindest nicht erpresserisch nutzen im Gegensatz zu einigen anderen, die da auftauchen, ja. Und in einem anderen Fall, da nutzt er ja die Macht ganz brachial aus, nämlich auch ziemlich am Anfang. Er hat nämlich die Idee, jetzt mal zu schauen, ob er dann auch spekulieren kann, ob er auch spielerisch Geld erwerben kann. Später wird er noch spielsüchtig werden, ein Grundthema bei Dostoevsky. Dostoevsky war es selbst, war spielsüchtig, war vor allem in den Spielbanken in Deutschland immer wieder zu Hause, war dort dann sehr schnell rasch verschuldet, musste dann schnell Romane schreiben, damit er wieder Geld hatte, um schuldenfrei zu werden beziehungsweise um wieder spielen zu können. Also er selbst hat es auch durchlitten. Und nun haben wir hier auch einen Arkadi, der der Spielsucht anheim fällt, aber zunächst einmal nicht. Zunächst einmal ist da große Selbstbeherrschung, denn das ist noch etwas, was man haben muss, nicht nur den Hang zum Sparen, sondern Selbstdisziplin. Und er geht in ein Auktionshaus und kauft da so ein Album und man versteht in den ersten Momenten gar nicht, was möchte er eigentlich damit anfangen. Und dann taucht da aber ein Mann auf, der zu spät gekommen ist zur Auktion und der auch unbedingt dieses Album haben möchte. Und Arkadi hat es für gerade einmal zwei Rubel gekauft. Und nun kommt dieser Herr an und möchte es kaufen und ist ganz pikiert darüber, was Arkadi nun dafür verlangt. Er möchte nämlich zehn Rubel haben. Und dieser Herr, der jetzt aus einer persönlichen Erinnerung heraus dieses Album haben möchte, sagt, aber sie müssen doch zugeben, dass das Wucher ist. Zwei Rubel und zehn Rubel, oder? Und Arkadi antwortet, was heißt Wucher? Das ist der Markt. Was für ein Markt? Er ärgerte sich. Die Nachfrage bestimmt den Markt. Hätten Sie nicht nachgefragt, hätte ich keine 40 Kopeken dafür bekommen. Und dann führt er noch weiter aus. Hören Sie, hören Sie, als James Rothschild, der Verblichene, der aus Paris der 1700 Millionen Franc hinterließ, einst zufällig, noch als junger Mann, ein paar Stunden früher, als alle anderen von der Ermordung des Herzogs de Berry erfuhr und unverzüglich sofort die maßgebliche Stelle davon unterrichtete, hatte er allein damit auf einen Schlag einige Millionen verdient. So wird das gemacht. Du als Volkswirtschaftler musst natürlich jetzt noch das mit Angebot und Nachfragen nochmal aufgreifen. Wir haben das ja schon mal angesprochen, da gibt es doch dieses berühmte Beispiel mit der Wasserflasche in der Wüste, oder? So ähnlich ist das ja hier mit dem Album. Ja, ich würde sagen, es ist fast schon altklug, wie er sich hier hinstellt. Also es ist so ein bisschen wie jemand, der zwei Vorlesungen VWL gehört hat und dann ganz altklug sagt, ja, ist doch klar, Preise bestimmen sich durch Angebot und Nachfrage und da steht einem Mann gegenüber, der doppelt so alt ist wie er. Es ist eine relativ skurrile Szene, wie auch sonst, glaube ich, sehr viel skurril an diesem Roman ist, wie dieser junge Erzähler unglaublich selbstsicher ist, weil er eben von dieser Idee einfach komplett erhält ist. Er ist der Meinung, eigentlich schon regelrecht über allen zu stehen, weil er eben diese Idee hat und weil sonst ja viele Menschen gar keine Idee haben und das merkt man dieser Szene, glaube ich, sehr stark an, dass er dann meint, ihn da so belehren zu müssen und du hast jetzt dieses Beispiel Wasser in der Wüste angesprochen, das ist natürlich in der VWL sehr beliebt, um zu zeigen, naja, Angebot und Nachfrage und zwar vor allem so ein ganz subjektives Angebot und eine subjektive Nachfrage in so einer Extremsituation wie Wasser in der Wüste, das ist doch mal das perfekte Beispiel, um zu erklären, wie Wirtschaften funktioniert und das ist es natürlich nicht. Im Regelfall, wenn man ein Gut auf dem Markt vertreibt, dann kauft man das nicht einfach, man verkauft das zum fünffachen Preis, sondern wir haben es hier mit einem Ausnahmephänomen der Wirtschaft zu tun, ja, also wir haben es hier eben mit einer sehr seltenen Art von Gewinn zu tun, nämlich mit dem Arbitrage-Gewinn, also dass man etwas verkauft und ohne dem irgendetwas hinzuzufügen, das einfach direkt teurer weiterverkauft und er hält das anscheinend scheinbar schon so für die Art und Weise, wie man dann nur wirtschaften muss, um reich zu werden, aber natürlich war das jetzt auch nur ein Zufall, dass er gerade einen Gegenstand in die Hand bekommen hat, den jemand anders sich ja auch bei der Auktion hätte kaufen können, der ihn vielleicht einfach nur überboten hätte, nochmal um einen Rubel und dann hätte er das selbst sein lassen oder so. Das heißt, das war jetzt ein Riesenzufall, den er aber eigentlich schon als Wink mit dem Zaunfall nimmt, dass er auf dem absolut richtigen Weg ist, um reich wie Rothschild zu werden. Denn ihm ist schon mal klar, er möchte jetzt auch nicht ein völliger Spekulant werden, nicht ein verrückter Spekulant und das ist eigentlich ganz interessant. Es gibt nämlich eine Stelle, wir haben vorhin ja schon den Spieler angesprochen und da haben wir einen Erzähler, der eigentlich genau gegenteilig ist. Vom Charakter her ist er relativ ähnlich. Er ist auch ein naseweiser, neunmal kluger junger Mann, aber er geht gänzlich anders ran. Er erzählt hier im Spieler, der Protagonist, auf eine ganz arrogante Weise von deutschen Vatern. Vater mit F am Anfang, ich weiß nicht genau, ich schätze mal, auch das ist so ein russischer Begriff für, ich weiß nicht, irgendeine bestimmte soziale Position, aber es geht hier tatsächlich um einen Familienvater, der eben versucht, durch Sparsamkeit reich zu werden. Und hier im Spieler heißt es dazu folgendermaßen, der Vater, der spart und er spart vor allem für seinen Ältesten und damit der dann heiraten kann und dann heißt es, weiter erweist es sich, dass es auch der Älteste nicht besser hat, denn der hat ein Amalchen. Mit dem er ein Herz und eine Seele ist, aber von heiraten kann keine Rede sein, weil noch nicht genügend Gulden zusammengespart sind. Solange wird tugendhaft, aufrichtigen Herzens gewartet und ebenfalls lächelnd zum Opfertisch geschritten. Inzwischen sind Amalchens Wangen eingefallen und sie wird immer dürrer. Endlich, nach etwa 20 Jahren, hat sich das Kapital vervielfacht. Die Gulden sind redlich und tugendhaft zusammengespart. Der Vater gibt seinem 40-jährigen Ältesten und dessen 35-jährigem Amalchen mit welker Brust und roter Nase seinen Segen. Dabei weint er, predigt Moral und stirbt. Sein Ältester verwandelt sich auch in einen redlichen Vater und die Geschichte beginnt wieder von Neuem. Nach 50 oder 70 Jahren verfügt der Enkel des ersten Vaters tatsächlich über ein bedeutendes Kapital, das er seinem Sohn vermacht. Dieser dem Sein, dieser dem Sein und nach 5 oder 6 Generationen ist ein Baron Rothschild oder ein Hoppe und Co oder weiß der Teufel wer alles parat. Bitteschön, ist das nicht ein majestätisches Schauspiel? 100 oder 200 Jahre Mühsal von Geschlecht zu Geschlecht, Geduld, Verstand, Riedlichkeit, Charakter, Standhaftigkeit, Kalkül und der Storch auf dem Dach. Was will man mehr? Es ist nichts darüber hinaus und von diesem Gipfel aus beginnt man über die ganze Welt zu Gericht zu sitzen und mit den Schuldigen, das heißt mit allen, die um eine Haarbreit sich von ihnen unterscheiden, kurzen Prozess zu machen. Mir geht es um folgendes. Ich will lieber auf russische Art über die Stränge schlagen oder mich am Roulette bereichern. Ich will nicht 5 Generationen später Hoppe und Co sein. Das Geld brauche ich für mich selbst und ich halte mich keineswegs für eine obligate Zugabe zu dem Kapital. Jetzt könnte man sagen, auf den ersten Blick scheint ja Arkady das genaue Gegenteil dieses Erzählers vom Spieler zu sein, aber tatsächlich nicht. Also Arkady sagt selbst ganz am Anfang da in der Szene, wo er seine Vision, seine Idee erklärt, dass er reich werden will wie Rothschild, dass er auch kein Vater, da fällt dieses Wort, auch nochmal sein möchte. Kein tugendhafter Sparsamer, sondern er macht das zwar erstmal so wie der Vater, dass er sich etwas erspart, aber danach spielt er nicht weiter in den Schatzbild, sondern danach will er dann tatsächlich investieren, aber kleinschrittig. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie heutzutage diese ETF-Sparer. Es gibt ja viele, die sagen, wenn ihr 25 Euro im Monat spart und das bei 8% Rendite über 40 Jahre, dann habt ihr später auch ganz viel. Und so ein bisschen macht er das auch möglichst risikoarm, sein erspartes Investieren und damit unterscheidet er sich dann von diesem Charakter des Vaters, der hier so schön im Spieler beschrieben ist und auch durch eine gewisse Innovationsfähigkeit. Also er beschreibt da eine Geschichte auch relativ zu Beginn des Romans und zwar, dass es einmal ein großes Ponzi-Skin könnte man sagen gegeben hat, also einen großen Betrug, wo wertlose Aktien ausgeschrieben sind, wo aber viele Menschen drauf reingefallen sind und die sich alle darum geprügelt haben, diese Aktien überzeichnet zu bekommen und dann gab es dort einen Buckligen, der am Rande stand und dem sie gesagt haben, mach dich doch mal krumm und auf deinem Rücken unterschreiben wir diese Aktien und am Ende waren alle Aktien wertlos und der, der sich da krumm gemacht hat, der Bucklige, der hat damit aber eine Menge Geld gemacht, dass er seinen Rücken als Schreibtisch zur Verfügung gestellt hat. Nee, der hat auch gar nicht viel Geld gemacht, sondern nur ein bisschen Geld gemacht, aber der hat das Geld sofort bekommen, der hat nicht spekuliert und das ist der entscheidende Unterschied, das ist aber an der Börse dann dieser Satz Gewinn mit Name macht nicht arm, ja, sondern Gewinn mit Name bekommt man halt immer was, man kann sagen, oh die Aktie ist um drei Euro gestiegen, jetzt verkaufe ich die ganz schnell, diese drei Euro kann mir niemand mehr nehmen, diese Logik steckt darin und das ist auch ganz häufig, was so alte Börsenratgeber einem an die Hand gegeben haben und auch mitunter heute so betont wird, dass man das auf diese Weise machen kann, das ist natürlich möglich, nur diese Kleinschrittigkeit führt selbstverständlich dazu, dass man immer kleine Schritte macht, aber man natürlich nie in diese Verhältnisse aufsteigen wird, die sich Akadi dort erträumt, genauso wie man das ja auch sehen kann, wie das mit dem ETF Sparen natürlich nicht dazu führt, dass man plötzlich reich ist, es sei denn, man hätte schon unglaublich viel Geld und könnte dann noch das Ganze investieren und da gibt es dann noch eine andere Möglichkeit, wie man an viel Geld kommt, sowohl im Spieler, als auch in ein grüner Junge, als auch heute in unserer Gegenwart, natürlich das Erben, also Erbschaften spielen eine wichtige Rolle, wer erbt etwas, wer ist verarmt, wer hat es also nicht geschafft, das Erbe noch in irgendeiner Weise zu investieren, beziehungsweise so geschickt anzulegen, dass es zumindest nicht geringer wird, wir haben einen alten Fürsten, der reich ist, der aber deshalb auch sehr schnell betrogen werden könnte, der also es nicht leicht hat, quasi diesen Schatz bei sich zu behalten, wir haben mit Versilov, also mit Akkadis richtigem Vater, jemanden, der immer wieder erbt und auch prozessiert, um an Erbe ranzukommen, dann wieder wie die Made im Speck lebt, um dann bald pleite zu sein und versuchen muss, das nächste Erbe zu bekommen und wehe, es tritt dann nicht ein, das heißt, es ist so ein eigenartiges Leben in einer Übergangsphase, könnte man sagen und diese Übergangsphase ist die von eigentlich feudalen Verhältnissen hin zu bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen. Ja, wir befinden uns hier zwischen zwei Zeitaltern, kann man sagen, wir sehen natürlich vor allem den Niedergang des Adels, der jetzt langsam verarmt, von dem natürlich auch alle zu fein sind, sich sind zu arbeiten und die sich eigentlich nur noch ums Erbe kloppen, das ist ein Bild, was wir auch in anderen Romanen, die wir zuletzt gelesen haben, gesehen haben, denken wir an den bereits erwähnten Geldverleiher, dort war es ja auch so, dass wir einen Adel hatten, der eigentlich nur noch davon gelebt hat, dass er sich vom neu aufstrebenden Bürgertum Geld geliehen hat und wir haben hier jetzt einen Erzähler, der versuchen will, ja, auch ein bürgerlicher Charakter zu werden. Es gibt da eine Stelle, wo ihm gesagt wird, also wo er nochmal daran zweifelt an sich selbst, weil er ja kein legitimer Nachfahre Versiloffs ist, er ist ja tatsächlich ein Bastard und damit hadert er noch und dann wird ihm irgendwann gesagt, ja, wozu brauchst du denn noch einen Namen? Wenn du jetzt in dieser Zeit reich wirst, dann wird das auch genug sein, das heißt, wir leben hier wirklich in einem neuen Zeitalter, er möchte reich werden, er ist sogar überzeugt davon, heißt es, dass es eigentlich so sei, dass der Erfolg mit mathematischer Sicherheit garantiert sei, wie es dort wirklich wortwörtlich heißt, ja, also er ist überzeugt, wenn er nur diese Sparsamkeit an den Tag legt, wenn er nur fleißig ist, wenn er nur ein bisschen klug investiert, dann wird das alles gelingen und dann wird er reich wie Rothschild. Das hat einen, würde ich sagen, etwas komödiantischen Charakter, es ist ein bisschen absurd, es ist wirklich ein Naseweiß, der natürlich einmal jetzt bei so einer Auktion da etwas Geld gemacht hat, der aber abgesehen davon, vom Geschäftemachen nicht wirklich was versteht, also es hat einen sehr lustigen Charakter, würde ich sagen und gleichzeitig ist es natürlich ein Traum, der für diese Zeit tatsächlich etwas Visionäres hat. Also er bekommt am Ende des Romans einen Brief und da wird ihm von einem alten Bekannten aus Moskau geschrieben und der tadelt ihn durchaus auf für so einiges, was in diesen Erinnerungen drin steht und sagt ihm dann aber auch, er findet die Idee selbst ganz wunderbar, sie sei hochgradig originell, er solle doch trotzdem nochmal an die Uni gehen, um sich ein bisschen umzugucken, aber wenn er dann den Traum noch weiter verfolgen wolle, na warum denn nicht? Und das ist eine Stelle, wo ich etwas schmunzeln musste, weil ich dachte, gut, was soll daran jetzt originell sein, dass man sagt, ich will reich werden? Ich habe vorhin schon gesagt, das erinnert ja teilweise so ein bisschen an die ETF-Bros, also aus einer heutigen Perspektive ist daran nichts revolutionär, nichts innovativ an diesem Gedanken, aber damals ist natürlich für die damalige Zeit dieser Gedanke, dass man sagt, ich bin jemand, der aus zweifelhaften Verhältnissen kommt und ich versuche mich jetzt zu legitimieren, indem ich reich werde, für die damalige Zeit war das gewissermaßen in Russland sicherlich ein innovativer Gedanke, um aus diesen ganzen zweifelhaften Verhältnissen rauszukommen. In Deutschland auch natürlich, ein Glied sei er einer zufälligen Familie und dies sei aber jetzt kein Manko mehr, sondern etwas Positives und du hast es jetzt angesprochen, am Ende gibt es einen Brief von einem Bekannten, der das Manuskript gelesen hat und es ist wirklich hoch amüsant, das zu lesen deshalb, weil wir jetzt nicht nur den Erzähler haben, der zum Leser spricht, sondern was wir jetzt durch diesen Bekannten noch eingeflochten bekommen, also nochmal eine Erzählerinstanz, nochmal eine Illusion, eine Erzählillusion, die hier aufgetan wird, ist die Kritik. Das heißt, die Kritik erscheint am Ende des Romans, die ist also inkludiert in den Romanen selbst als eine Stimme und sagt, naja, das eine oder andere ist skizzenhaft, aber es sei doch ein großes Werk, das ist schon hoch amüsant und sehr raffiniert gearbeitet und ja, ich würde auch sagen, dass diese Idee unglaublich revolutionär damals war, dass sie auch bis heute natürlich eine ungeheuer faszinierende Kraft hat, dass man diese Unabhängigkeit postulieren will und dass man sich gegen alle Widerstände hinwegsetzen möchte und dann versucht, einen eigenen Weg zu gehen. Nur müssen wir ja, wenn wir über diese Komponente sprechen, das Reichwerten wie Rothschild auch hinzufügen, dass das ja eine Idee ist, die aufgegriffen wird, die ein bisschen nur durchexerziert wird und dann aber auch wieder fallen gelassen wird und wir sprechen ja im Vorhinein nie über die Romane, die wir hier besprechen, sondern das ist ja jetzt gerade das erste Mal, aber du hast nur ganz beiläufig zu mir gesagt, dann doch vor ein paar Tagen, naja, so viel geht es auch nicht um Geld darin, um das Ökonomische und klar, diese Idee nimmt jetzt gar nicht so viel Raum ein und es wird jetzt hier nicht in Entwicklungsromanen an der Börse in London und Paris und sonst was erzählt, aber ich würde dir doch widersprechen und sagen, es geht die ganze Zeit nur um Geld. Ja, naja, klar, ich meine zwischen allen anderen handelnden Charakteren, das ist, glaube ich, der Witz, also es ist so, dass diese Geschichte, die anfangs da erstmal, ja, initiiert wird, dass er sagt, ich bin reich, werden wir rutschelt, die wird eigentlich fallen gelassen, aber es ist permanent so, dass er sich dann in Beziehungsverflechtungen wiederfindet, wo es dann darum geht, ans Geld ranzukommen und das Eigentliche, was er sich aber als Ziel gesetzt hat anfangs, das wird fallen gelassen, vielleicht auch, weil er zu gewissen Erkenntnissen im Laufe dieser Erzählung kommt und ich würde sagen, das ist ganz schön zusammengefasst in der Dostoyevsky-Biografie von Andreas Guski, da heißt es, Am Beginn steht das abstrakte Rothschild-Projekt, das weniger auf die Rolle der modernen Geldwirtschaft als auf die romantische Idee der Einsamkeit und die Macht der Phantasmen über die reale Welt abzielt. Im Durchgang, durch wechselnde Phasen des Weltkontakts, in denen Arcadi sich mit verschiedensten Milieus und Charaktertypen, oft genug aber auch mit der Überforderung seines Bewusstseins und seiner Seele konfrontiert sieht, verliert das Rothschild-Projekt immer mehr an Reiz, bis der Jüngling in der melodramatischen Schlussszene des Romans endgültig zu der Einsicht gelangt, dass das Prinzip des materiellen Egoismus zum Scheitern verurteilt ist. Als Ich-Erzähler, der seine Erlebnisse jeweils relativ situationsunmittelbar zu Papier bringt, gelingt es Arcadi, sich beobachtend, reflektierend und schreibend selbst umzuerziehen. Aus der Karriere eines russischen Kapitalisten ist damit der Werdegang einer Persönlichkeit geworden, deren eigentliches Kapital ihre im Text verdichtete Erfahrung darstellt. Im Gegensatz zu dem vielen Geld, dessen Dostoyevskys Roman ansonsten verbrannt, verspielt und gestohlen wird oder auf andere Weise erpanden kommt, ist dieses Kapital unzerstörbar. Ja, dieser Antimaterialismus ist ja einer, auch wenn es etwas müßig ist, der tatsächlich die Botschaft des Romans ist oder ist es auch nur eine Stimme? Bakhtin schreibt ja über diese Idee, die bei Dostoyevsky immer ganz wichtig ist, Folgendes, Dostoyevsky konnte eine fremde Idee so darstellen, dass ihre volle Bedeutung als Idee erhalten blieb. Gleichzeitig gelang es ihm aber auch, Distanz zu bewahren, ohne dass er sie mithilfe seiner eigenen ausgeprägten Ideologie bewiesen hätte und ohne mit ihr zu verschmelzen. Und das ist jetzt ein Weg, den Akkadida beschreitet, wenngleich das Ende einen auch nicht ganz befriedigt, dass das jetzt diese Lebensweise sein wird. Und zugleich gibt es ja zwei Angebote, die gemacht werden, die außerhalb dieser Geldlogik stehen. Und da ist einmal der späte Versilov. Der sagt ja dann, nachdem er viel Unheil angerichtet hat und doch immer jeder Frau nachgelaufen ist und die andere dafür im Stich gelassen hat, da sagt er, aber für jeden denkenden Menschen würde ich als Gebot verkünden, unbedingt wenigstens ein einziges Wesen im Laufe seines Lebens glücklich zu machen, aber in jedem Fall praktisch. Das heißt in Wirklichkeit, das würde ich zum Gebot eines jeden entwickelten Menschen machen, ebenso ein Gesetz, das jeden Bauern verpflichtet, im Laufe seines Lebens einen Baum zu pflanzen. Angesichts der Abholzung russischer Wälder übrigens würde ein einziger Baum nicht ausreichen. Vielleicht müsste man gebeten, jedes Jahr einen Baum zu pflanzen. Der höhere und entwickelte Mensch, der einem höheren Gedanken nachgeht, verliert gelegentlich das Konkrete aus den Augen, wird lächerlich, launisch und kalt, kurz gesagt einfach dumm und zwar nicht nur im praktischen Leben, sondern schließlich sogar in seinen Theorien. Also das ist ja das Angebot, das Versilov quasi macht als möglicher Lebensweg. Ich würde sagen, dass, also natürlich kann man jetzt sagen, Dostoevsky bringt nur diese ganzen Perspektiven ein und verhält sich dann gar nicht großartig dazu. Wenngleich ich dann sagen würde, ich kenne mich bei Dostoevsky jetzt nicht sonderlich gut aus. Ich will hier jetzt nicht interpretatorisch zu weit greifen, aber wir haben es ja mit jemandem zu tun, dem auf der einen Seite, du hast es vorhin gesagt, die Freiheit als Thema seines Lebens sehr wichtig war, der andererseits aber natürlich politisch relativ weit rechts war. Und ich würde sagen, diese Zersprengung aller sozialen Verhältnisse, die natürlich auch durch die Geldwirtschaft stattfindet, die dürfte doch eigentlich zu einem Konservativen wie Dostoevsky durchaus auch Angst gemacht haben. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass diese Interpretation, wie ich es jetzt vorgetan habe, von Andreas Guski, dass das durchaus tragfähig ist. Ja, ich glaube auch, weil dieses Geld natürlich auch so eine berechenbare Welt macht, in der dann tatsächlich nur noch Kosten-Nutzen-Rechnungen alles bestimmen. Und das ist natürlich etwas, was Dostoevsky widerstrebt oder ich würde sagen, man kann, auch wenn es diese Vielstimmigkeit gibt, sagen, er schreibt dagegen an. Es gibt aber, glaube ich, nicht diese ganz klare Positionierung, dass man jetzt, wie man das in den 30er Jahren dann tat, in ihm unbedingt einen antisozialistischen Autor sehen muss. Denn es gibt ja dann diese unglaubliche Ansprache von Makar, also dem offiziellen Vater von Akadi, der als Leibeigener erst gelebt hat, dann in Freiheit lebte, aber weiterhin dort als Diener tätig war und dann durch die Welt zog, durch Russland zog, als Pilger und nur alle paar Jahre mal seine Frau sieht. Die Frau übrigens, also die Mutter von Akadi, wurde ja auch gekauft, also frei gekauft aus dieser Ehe mit Makar, und zwar von Versilov, damit er mit ihr zusammen sein kann. Also wir sehen, dass wirklich die ökonomischen Verhältnisse da sind. Ich habe mal drauf geachtet, also jede zweite, dritte Seite ist das Thema Geld da. Also das, und wenn es nur darum geht, dass irgendjemand noch auf zehn Rubel wartet und die noch nicht bekommen hat. Und dieser Makar, der jetzt am Lebensabend dort eingekehrt ist, der spricht folgendes. Da heißt es bei Christus ganz anders. Geh hin und verteide dein Reichtum und werde allen ein Diener. Und Makar sagt weiter, und du wirst reicher sein als vorher, unzählige Male reicher. Denn nicht durch Essen und Trinken, nicht durch kostbare Kleider, nicht durch Stolz und der anderen Neid wirst du glücklich sein, sondern durch unermesslich vermehrte Liebe. Und nicht nur ein unerheblicher Reichtum, nicht hunderttausend, nicht eine Million. Die ganze Welt wird dein sein. Heute horten wir unersättlich und verschwenden ohne Sinn. Dann aber wird es keine Weisen geben mehr, keine Bettler. Denn alle gehören zu mir, alle sind meine Nächsten, alle habe ich gewonnen, alle bis auf den Letzten erworben. Heute geschieht es nicht selten, dass der Reichste, Vornehmste sich aus der Zahl seiner Tage nichts mehr macht und nicht mehr weiß, womit er sie ausfüllen kann. Dann aber werden deine Tage und Stunden sich gleichsam tausendfach vermehren. Denn du wirst nicht eine Minute verlieren wollen, sondern jede heiteren Herzens auskosten. Dann wirst du auch die Weisheit nicht bloß aus Büchern schöpfen, sondern von Angesicht zu Angesicht Gott schauen. Und die Erde wird heller, als die Sonne scheinen. Und Schwermut und Seufzer werden nicht mehr sein, sondern ein einziges Paradies von unschätzbarer Köstlichkeit. So, das schildert Makar und ihm gegenüber steht Akkadi und er sagt, Makar Ivanovic, fiel ich ihm plötzlich ins Wort, selbstvoll maßlosen Eifers. Ich erinnere mich gut an jeden Abend. Aber sie predigen ja Kommunismus, entschiedenen Kommunismus, wenn sie so reden. Und das Erstaunliche ist aber, dass Makar natürlich nie mit kommunistischen Ideen in Berührung gekommen ist und nicht mal weiß, was das Wort bedeutet, aber in seiner Rückbesinnung auf die christliche Lehre eigentlich genau da ankommt. Ja, wenngleich ich es sagen würde, das ist jetzt ja so ein bisschen das Schwierige. Es gibt natürlich bestimmte Ideale von Nächstenliebe etc., die, glaube ich, natürlich immer dazu geführt haben, dass christliche Ideale sich mitunter gut mit sozialistischen vertrugen, wenngleich natürlich der Makar jetzt aus dem Sozialismus, also wenn es denn einer sein sollte, quasi nur eine Verteilungsfrage macht, nur eine Frage der Weckhabe des Reichtums macht, wohingegen es da natürlich schon auch darum geht, auf eine andere Weise zu produzieren. Und das ist dann natürlich das, was der Makar sicherlich nicht versteht. Aber natürlich, hier ist ein bestimmtes christliches Ideal und es ist durchaus denkbar, dass Dostoevsky da auch etwas mit anfangen kann, mit dieser Idee der gesellschaftlichen Reichtumsverteilung. Nun ist er natürlich ihm sicherlich fremd gewesen, beispielsweise die stark antireligiöse Haltung der Sozialisten und Kommunisten seiner Zeit, weshalb er sich da politisch dann doch nicht hingehend positionieren wollte. Und man sollte vielleicht jetzt auch nicht ganz vergessen, dieser Roman ist tatsächlich aber, obwohl Dostoevsky ja politisch rechts war, in einer politisch linken Zeitung oder Zeitschrift ursprünglich erschienen, eben kapitelweise. Und das ist jetzt auch eine Mutmaßung von seinem Biografen Andreas Guski, aber der meint auch, es ist durchaus möglich, dass vieles, was da so an zeitgenössischen Theorien oder an Monologen niedergeschrieben ist, dass auch vieles davon so eine Art trojanisches Pferd, meint er, darstellt, damit er überhaupt dort veröffentlichen konnte. Also ich glaube, nicht alles, was da so geschrieben ist, darf man ganz ironiefrei lesen. Und empfiehlst du uns diesen Roman? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich sehr damit gehadert habe und dass ich doch glaube, es ist ja so, dass unter diesem großen Dostoevsky-Roman, also bei diesen Fünf Elefanten, wie es oftmals heißt, dass der am wenigsten beliebte ist, der damals auch von der Kritik regelrecht zerrissen wurde und der auch heute, der am wenigsten gelesen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, mal den Dostoevsky anfangen, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht damit anfangen. Ich bin jetzt hier gerade bei der Lektüre des Spielers beispielsweise und finde den bereits nach noch nicht mal der Hälfte des Romans deutlich vergnüglicher. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde woanders anfangen und da hast du wahrscheinlich auch noch ein paar Empfehlungen. Sicherlich Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, sicherlich Schuld und Sühne oder natürlich in der Svetaner Geier übersetzen, Verbrechen und Strafen und der Spieler ist auch gut, damit anzufangen. Und doch glaube ich, dass man ohne weiteres auch hier mit diesem 800 Seiten Roman Ein grüner Junge einsteigen kann. Denn man muss sich darauf einlassen, auf diese endlosen Dialoge, auf diese Verwicklungen, die man vielleicht dann nicht immer in allen Einzelheiten sofort nachvollzieht und dann kommt man aber wieder darauf zurück. Die Namen stehen alle hinten im Anhang, sodass man immer mal wieder nachblättern muss, wer ist denn da jetzt gerade eigentlich gemeint. Aber dieses sich durchkämpfen, dieses sich durcharbeiten ist zugleich etwas, was einen unglaublich ergreift. Und das Tolle ist ja in diesem Roman auch diese, obwohl die Dialoge so langwierig sind, hat man nicht den Eindruck, dass das so ein abgebremster Roman ist, sondern alles rast die ganze Zeit. Die Dialoge, die gehen im heiteren oder im finsteren Clip-Club hin und her, aber auch die Figuren eilen, rennen, springen, fliegen von A nach B. Auch das ist beeindruckend zu lesen, wie diese Figuren alle getrieben sind, wie sie unter Druck stehen, wie sie schweißgebadet wieder aufwachen und zum nächsten rennen, um irgendetwas zu klären. Und wenn man sich ganz da einfindet, dann ist es doch ein unglaublich schöner, tiefer und sehr nachdenklich stimmender Rausch und viele Stimmen schwirren einem danach im Kopf herum, würde ich sagen. Damit können wir eigentlich schon überleiten, glaube ich, und verraten, was als nächstes gelesen wird. Unbedingt. Da haben wir uns etwas ausgesucht, wo wir nun ein paar Jahrzehnte weiterspringen. Wir springen in die 1910er Jahre, nämlich zu Jack London. Wir lesen Lockruf des Goldes in der Übersetzung von Lutz W. Wolf. Und nun am Ende noch einmal der Hinweis, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich mit einer Banküberweisung. Die Kontonummer und alles, was man dafür braucht, findet ihr in der Beschreibung. Außerdem haben wir ein PayPal-Konto und wir sind auch bei Steady und Patreon zu finden und freuen uns über finanzielle Unterstützung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!